In der Welt der Musik gibt es Geschichten von Glanz und Ruhm, aber auch von Tragödien, die das Leben von Künstlern überschatten. Einer dieser Künstler ist der deutsche Sänger Jürgen Markus. Sein Leben war geprägt von Höhen und Tiefen, von Erfolgen und persönlichen Herausforderungen. In diesem Video werfen wir einen Blick auf das tragische Leben des Sängers Jürgen Markus. Jürgen Markus wurde am 6. Juni 1948 in Herne in Deutschland geboren. Schon von jungen Jahren an zeigte er ein außergewöhnliches musikalisches Talent und eine leidenschaftliche Affinität zum Singen. Seine Familie erkannte früh sein Potenzial und ermutigte seine musikalischen Bestrebungen, was den Grundstein für seine spätere beeindruckende Karriere legte. Bereits als Jugendlicher begann Jürgen Markus in örtlichen Chören und Musikgruppen mitzuwirken. Seine beeindruckende Stimme und sein charismatisches Auftreten machten ihn schnell zu einem lokalen Star. Diese frühe Erfahrung half ihm, sein Selbstvertrauen aufzubauen und sich auf das Ziel vorzubereiten, das er schon immer angestrebt hatte, nämlich eine erfolgreiche Karriere in der Musikindustrie. In den frühen 70er Jahren begann Jürgen Markus seine professionelle musikalische Reise. Sein großer Durchbruch kam im Jahr 1972 mit dem Song »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben«. Der Song wurde zu einem sofortigen Hit und machte ihn über Nacht bekannt. Seine unverwechselbare Stimme und sein charakteristischer Stil machten ihn unter Musikliebhaben beliebt und etablierten ihn als aufstrebenden Star. Nach dem Erfolg seines ersten Hits ließ Jürgen Markus nicht nach, sondern setzte seine Arbeit hartnäckig fort. Er veröffentlichte eine Reihe von Alben und Singles, die in den Charts erfolgreich abschnitten. Hits wie »Ein Festival der Liebe« und »Schmetterlinge können nicht weinen« festigten seine Position als einen der führenden Schlagersänger seiner Zeit. Und nicht nur das Publikum war von Jürgen Markus Talent beeindruckt, sondern auch Kritiker und Experten in der Musikbranche. Seine Fähigkeit, Emotionen durch seine Musik auszudrücken und seine beeindruckende Bühnenpräsenz machten ihn zu einem gefeierten Künstler. Auszeichnungen und Lob von renommierten Persönlichkeiten der Branche unterstrichen seinen Einfluss und seine Bedeutung. Mit der Zeit begann Jürgen Markus auch über die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt zu werden. Seine Lieder wurden in verschiedenen Ländern gespielt und seine Auftritte fanden auch international Beachtung. Dies zeugte von seiner globalen Anziehungskraft und seinem Talent, Menschen verschiedener Kulturen mit seiner Musik zu berühren. Doch trotz seines kometenhaften Aufstiegs hatte Jürgen Markus auch mit persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. Die hohen Erwartungen, der Druck des öffentlichen Lebens und die Verantwortung als Künstler konnten emotional belastend sein. Diese Herausforderungen warfen Schatten auf seinen Erfolg und führten zu Momenten der Selbstreflexion. Mit dem Fortschreiten der Zeit begann Jürgen Markus sich langsam aus der öffentlichen Aufmerksamkeit zurückzuziehen. Gesundheitliche Probleme, die sich über die Jahre verschlimmert hatten, zwangen ihn zu Pausen und verminderte Aktivität in der Musikwelt. Seine einst regelmäßigen Auftritte wurden seltener, während er sich auf seine Gesundheit und persönliche Erholung konzentrierte. Jürgen Markus spätere Jahre waren von einem mutigen Kampf gegen gesundheitliche Herausforderungen geprägt. Er hatte mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, die seine körperliche Verfassung beeinträchtigten. Trotz dieser Hindernisse ließ er sich nicht entmutigen und setzte seine Bemühungen fort, so gut er konnte. Am 29. Mai 2018 ereignete sich eine traurige Wende im Leben von Jürgen Markus. Im Alter von 69 Jahren verstarb er in seinem Zuhause. Sein Tod markierte das Ende eines bewegten Lebens, das von musikalischem Ruhm, persönlichen Kämpfen und emotionalen Turbulenzen geprägt war. Die Nachricht seines Todes löste Trauer und Bestürzung in der Musikwelt und bei seinen Fans aus, die ihn über die Jahre begleitet hatten. Jürgen Markus Tod ließ eine Lücke in der deutschen Musikszene zurück. Seine einzigartige Stimme, seine berührenden Lieder und seine persönliche Geschichte bleiben als Erbe bestehen. Seine Musik wird weiterhin Menschen inspirieren und berühren, während sein tragisches Ende eine Erinnerung daran ist, dass das Leben nicht immer gerecht ist und selbst erfolgreiche Künstler mit persönlichen Herausforderungen konfrontiert sein können. Und obwohl Jürgen Markus nicht mehr physisch präsent ist, lebt sein Vermächtnis in seiner Musik und in den Herzen seiner Fans fort. Seine Lieder werden weiterhin gehört und seine Geschichte wird als eine Erinnerung an die Höhen und Tiefen des Lebens dienen. Sein tragisches Ende unterstreicht die Bedeutung von Mitgefühl und Verständnis für die Kämpfe, die Menschen hinter den Kulissen durchmachen. Um mehr über das faszinierende Leben und die Musik von Jürgen Markus zu erfahren, lade ich Sie herzlich ein, unseren Kanal zu abonnieren. Hier werden wir weitere Einblicke in seine Karriere, seine Einflüsse und sein Vermächtnis bieten. Durch Ihr Abonnement werden Sie Teil unserer Community, die seine Musik schätzt und seine Geschichte ehrt. Verpassen Sie also nicht die Gelegenheit, mehr über Jürgen Markus zu erfahren und seine Musik in einem neuen Licht zu sehen. Vielen Dank für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung. Gemeinsam können wir das Vermächtnis von Jürgen Markus am Leben erhalten und seine Musik für zukünftige Generationen bewahren. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.